Und jetzt nach rechts. Na ja, und dann nach links. Na ja, und dann nach links. Olympia. Olympia. Na ja, und dann nach links. 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 Ja! 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 Bye! Hey, what? The people won't be. Are people outside really? Uh? These... So, one day... So, we... It was the best. Musik 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 Grad ausfall Gut! Musik So braucht es die weithöchste Erhebung. Bei dem ersten Kreidepfeiler ist es mit 100 Meter der zweithöchste Kreidefelsen, das ist die Vektoriasin. Und dann in trauter Nachbarschaft, das wird dann auch das Ziel der Reise, das ist der Königstuhl. Exakt vermessen, 117,9 Meter ist es dann die höchste Erhebung. Oberhalb des Königstuhls, hier gibt es auch eine Besucherplattform, die ist 200 Quadratmeter groß und jedes Jahr wird dieser Königstuhl dort von annähernd 300 Euro kaufen. «Wieithöchste Erhebung» Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020